Wir sprechen ein bisschen über die Wiesen, das Oktoberfest, weil nämlich es gibt diese, wie heißt die Sendung, so Bayerische Rundfunk, Tausend Meisterwerke, kennst du das? Ja. Das ist immer so ein Jesusbild und dann wird eine Viertelstunde lang erklärt, was auf diesem Bild zu sehen ist. Also hier sehen wir irgendwie Maria und Jesus und bla und dann so ein Zoom auf irgendwie Zeug und wir müssen uns mal dieses Foto anschauen. Tim war auf Europa-Reise. Stichwort Jesusbild. Letzter Abendmahl. Nie vergessen, das Jesus-Phone ist da. Ja, genau. Naja und wir haben dieses Foto, wo Tim auf der Wiesen steht. Wir haben ein bisschen erstmal gerätselt, wer sind die anderen Leute, die da rumhängen. Also er hier scheint der Wiesen-Chef zu sein. Das ist irgend so ein CSU-Typ, der jetzt Wiesen-Chef ist. Ein bisschen unklar, was genau die Aufgabe des Wiesen-Chefs ist. Das ist doch bei den meisten Chefs unklar, was so genau die Aufgabe ist. Das ist so schön erklärt. Representen wahrscheinlich. Naja, es gab ja so ein paar Ungereimtheiten, weil ein paar von den Wirten beim Betrügen erwischt worden sind. Dann mussten die so ein bisschen alibimäßig rausgeschmissen werden und die Frau von dem Wirt durfte dann übernehmen. Weswegen? Was war die Schummelei? Ich glaube Steuern oder irgend sowas Unwichtiges. Okay, ja, gehen wir halt. Und ein anderes Zelt, da hat der Typ, der Wirt hat glaube ich irgendwelche Immobiliengeschäfte extrem unschön verdingselt und haben sie gesagt, ach komm doch erstmal nicht vorbei. Und ich weiß vielleicht, dass das Aufgabe vom Wiesen-Chef das war und halt irgendwie Promis begrüßen und so. Der Herr daneben ist der Herr Käfer vom Feinkostkäfer und das ist auch im Käferzelt. Und das hier drüben ist die Frau vom Herrn Käfer. Ich glaube Michael und Clarissa Käfer heißen die beiden. Die ist wichtig, dass sie da ist, dass sie einfach nahtlos übernehmen kann, wenn er wieder hochgenommen wird. Was hat es eher für ein Problem? Noch nichts, aber das weiß man. Das wusste man vorher bei den anderen auch nicht. Deswegen, okay, verstehe. Und da steht also Tim Cook irgendwie auf dem Balkon vom Käferzelt. Und die haben hier alle jeweils einen Maskruck in der Hand. Man sieht schon, alle sehr unterschiedlich schlecht eingeschenkt. Gerade der Wiesn-Chef, der hat den schlechtesten. Der hat wahrscheinlich den Schnitt bestellt, das ist völlig fein. Der ist der Sparfuchs. Unsicher, ob der da irgendwas bestellt hat oder ob man ihm einfach irgendwas in die Hand gedrückt hat. Wer weiß. Da trinkt man. Ne, da halt mal für das Foto besser irgendwie. Ich weiß nicht so. Er trinkt dann schon, glaube ich. Aber für das Foto musst du, glaube ich, so. Der Paulaner-Chef so. Ja, ja, genau. Dreh mal das Paulaner-Zeichen nach vorne. Naja. Und dann haben sie mit Tim eben auch dieses Bier in die Hand gedrückt. Man sieht ja, die gucken alle an dieser Kamera, von der wir das Bild jetzt sehen, gucken die ja vorbei. Die gucken ja woanders hin. Und das Bild, wo sie eigentlich reingucken, das kennen wir gar nicht. Also wir haben noch nicht das Foto gesehen, wo eigentlich die da alle hinschauen. Es gibt ein Agenturfoto, das kann ich jetzt nicht zeigen, aber das kommt aus der richtigen Richtung. Aber das ist auch ein, zwei Minuten später aufgenommen, weil da hat Tim schon ordentlich zugelangt und ungefähr so einen Zentimeter von dem Bier runtergetrückt. Ja, süffig, süffig, gell. Es geht runter wie Öl. Naja, da hinten stehen noch mehr Leute, auch ein bisschen unklar, wer das ist. Ich habe dann auch auf Instagram gesucht und auf Instagram hängen auch so Selfies mit Tim drauf, wo er auch nicht richtig glücklich guckt. Also ich weiß nicht, ob Tim jetzt die größte Wiesenkanone ist. Naja. Ich weiß nicht, warum man, also ich weiß, warum er in München war. Ja, also das ist, aber warum er sich dann auf die Wiesen hat breitschlagen lassen, das klingt so gar nicht nach seinem Metier irgendwie so und ich weiß nicht, ob er glücklich wurde. Aber Apple-Mitarbeiter, viele mittlerweile in München, sehr, sehr viele, sammeln sich da an und deswegen, es macht durchaus Sinn, dass er da mal vorbeischaut. Aber, und er hat ja, glaube ich, auch sonst irgendwie solche Termine mit Münchner App-Entwicklern wahrgenommen. Er war bei Algorithm, beim Karim und hat sich mal DJ angeschaut. Er war bei Apple München beziehungsweise und oder hier diese zugekauften Intel-Engineers und die Power-Management-Engineers, die da irgendwo sitzen und hat da ein paar Fotos gemacht. Er hat noch mehr Stationen dort abtelefoniert und hat da rumgeschaut. Wir schauen mal hier, was es zu essen gab. Das ist dieses angesprochene Brotzeit-Brettl, was er da bekommen hat. Da ist der Opa-Arz da drauf und irgendein Salat und irgendwelche Würst und Sachen. Sieht man auf dem anderen Foto auch besser, aber das ist irgendwie dpa, das will ich hier nicht zeigen, das geht nicht. Und ein Lebkuchenherz, was ich nicht lesen kann. Kannst du es lesen? Also ich bin nicht ganz sicher, was da drauf steht. Das ist im Schluss ein G, wahrscheinlich so ein Cyborg oder so. Sau-Gurt oder Org hinten könnte sein oder... Urg-Burg? Sau-Burg? Sau-Burg. Sau-Burg. Äh, das ist, das ist doch hier... Oh... Su... Sui-Org. Unklar und ein Batman-Zeichen in Rot dahinter. Ist ein bisschen unklar. So, auf dem Foto sehen wir noch mehr Sachen. Da hinten ist schon angedeutet die Tannenbäume, weil bald ist Weihnachten. Da hinten sehen wir die Bavaria und ein Karussell und den weltberühmten Kotzhügel, wo Leute, die es nicht mehr auf den Beinen hält, hingehen und sich an beiden Enden entleeren können. Und nicht zu vergessen, der Geldautomaten. So, und das zentrale Element auf der Wiesn ist ja Bargeld. Weißt du, Bargeld, Lacht, Cash zählt hier. Nix Apple Pay. Ja. Deswegen ist die ganze Wiesn überdeckt mit Geldautomaten. Und da steht auch EC, ja, original EC-Logo und drunter Girocard, aber es ist halt einfach EC. So. Und da war der Tim also. Und ich kann dazu beitragen zu EC und Bargeld und Dings auf der Wiesn. Wir waren am Mittwoch auf der Wiesn und dann die einzige Möglichkeit, einen Tisch zu reservieren, ist, wenn du auch Gutscheine kaufst, also Essensmarken für Bier und Hindel. Und zufällig war irgendwie zwei Tage vorher war da noch so ein Restkontingent irgendwo übrig und einen Tisch für acht Leute bestellt. Und dann muss man also, wenn man während der Wiesn sowas noch bekommt, muss man auf der Wiesn hingehen und das dort bezahlen. Steht in der E-Mail drin, du kommst bitte zum Büro vom Zelt und bringst das entweder in Bar mit oder EC-Karte. EC-Karte, ja. Also ich habe keine 300 Euro in Bar. Bargeld ist einfach Quatsch. So viel Bargeld habe ich nicht. Also habe ich halt gesagt, okay, EC-Karte nehme ich mir extra mit und stelle mich da an. Und irgendwie um 11 Uhr ist die Reservierung losgegangen und dann war da noch niemand im Büro. Die fangen dann auch erst um 11 Uhr an, dort sich hinzustellen. War so ein Security-Typ am Eingang, damit da niemand mit dem Geld davonläuft. Angestellt, jeweils nur eine Person eintreten, damit du nicht mit dem ganzen Bargeld dort wegläufst. Selbstverständlich. Sicherheit. Die haben natürlich auch in dem Büro einen Geldschrank stehen, der halt so groß ist wie ein Riesenkühlschrank. Natürlich. Ja, also wirklich so ein maximal großer Save für Bargeld, weil da geht den ganzen Tag nur Bargeld rein und raus. Und die Kellnerinnen, die holen solche riesigen Bargeldschubladen da raus aus diesem Büro. Die sind jeweils so groß wie so ein Handgepäckkoffer voll mit Geld. Ja, okay. Also morgens wahrscheinlich leer und am Abend voll mit Geld. Und dann sage ich hier, hier ist meine Reservierung. Dann druckt sie die Rechnung und sagt bitte 290 Euro oder sowas. Dann sage ich hier EC-Karte. Dann sagt sie, nehmt sie meine Karte und nimmt ihr Gerät und schaut so auf das Gerät. Hm, 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 keine Ahnung, drückt drauf um, pieps, pieps, Fehler, error, bla, pieps. Und es funktioniert nicht. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich stelle mich da einfach hin und warte. Sie wird schon sagen, wenn sie ein Problem hat. Ja. Sie sagt aber nichts. Sie wartet einfach nur. Und ich sehe dann, dass sie das an einem Gerät auf der Rückseite guckt. Was ist da los? Irgendwie so eine Sparkasse, so ein ganz altes Terminal hat sie da, so Sparkassenterminal. Dann schaltet sie es aus und startet es neu. Es dauert ohne Übertreibung zwei bis drei Minuten, bis das neu gut wird. Dann siehst du so, so initialisiere, Kartenlese, initialisiere, bla, irgendwas dauert sehr lange. Was ist denn los? Es hat keinen Strom. Ja, aber es läuft doch. Das hat jemand über Nacht nicht geladen. Ja, aber es läuft doch. Ja, aber er sagt, das Akkustand ist niedrig. Aha. So, ja gut, dann was machen wir da? Ja, jetzt versuchen wir es einfach nochmal. Okay, gut. Boot ist fertig. Will den Betrag eingeben. 2,92 Euro. Oh, Akkustand ist zu niedrig, sagt das Ding. Ja gut, dann stecken wir es halt vielleicht nochmal in die Halterung rein. Die Halterung ist so ein Cradle-Ding. So wie ein Palm-Pilot. Da steckt man das EC-Gerät drauf. Und dann hätte man das noch reindrücken müssen, damit das Kontakt hat. Ja. Und das hat niemand gemacht am Vorabend. Deswegen war das nicht geladen. Gut, dann stecken wir es halt rein und warten kurz, oder? Dauert er bis halt, kommt nicht mehr hoch. Dann zieht es wieder raus, Betrag eingeben, oh, Akku zu niedrig, geht nicht. Oder in dem Cradle kann man es nicht bedienen? Nee, weil der Kartenslot, der zeigt nach unten, in die Cradle. Oh no. Oh Gott. Okay. Dann ruft sie irgendwo an, so beim Hausmeister oder so, haben wir Kontaktreiniger. Damit das vielleicht wieder Kontakt bekommt. Dann sage ich, aber jetzt zeigt der nicht an, ob der lädt. Ja doch, doch, der leuchtet, wenn er drinsteckt. Dann sage ich, vielleicht schauen Sie mal, ob das Netzgerät, das Netzteil von dem Cradle-Ding auch wirklich Strom hat. Und dann wird sie böse. Zu viele Tipps. Demo, zu viele Tipps. Das sagen sie jetzt nur, weil ich eine Frau bin. Nein, nein, ich würde auch sagen, wenn da Bill Gates sitzt, ob das Ding steckt. Weil es ist immer das Dümmste, dass das Netzteil nicht steckt. Ja. Oh Gott. Dann sagt sie, ja nee, das wird hier nichts mehr, ich brauche das bitte in bar jetzt. Ich habe nichts in bar. Da draußen steht ein Geldautomat für 10 Euro Gebühr. So, okay. Wollen Sie vielleicht das nochmal kurz drin stecken lassen und schauen, ob das dann irgendwie, oder soll ich es ihm nur überweisen? Ja, aber das kommt ja nicht an, wenn ich das jetzt überweise. Ja, aber das kommt ja erst morgen an. Okay, gehe ich raus. Gehe zum Geldautomaten. Hole die 300 Euro. Gehe wieder rein. Der Security hat sich mein Gesicht genau nicht gemerkt und will mich nochmal anstehen lassen, weil, verstehen Sie? Ach Gott. Dann gebe ich ihr die 300 Euro. In der Zwischenzeit ist der Hausmeistertyp gekommen und will dieses EC-Gerät reparieren. Weißt du, wo er schaut? Netzteil. Ob das Netzteil steckt. Natürlich. Und? Ja, ist gesteckt, war halt, das hätte man halt länger stecken lassen müssen. Das hätte dann schon geladen. Aber der Gag ist also, in diesem 1,5 Quadratmeter Büro von diesem Zelt, wo man nur mit Bar oder EC zahlen kann, haben sie genau ein Terminal. Für das ganze Zelt haben sie ein Terminal. Das ist einfach saudumm. Und das ist das wahre Terminal, das steht draußen und hat eine Flagge mit einem EC und Girocard-Zeichen. Ach, krass. Und, ähm. Ich frage mich ja nur, wie wohl diese Wiesenwirt das geschafft haben zu betrügen. Also da ist ja immer offensichtlich ein Paper-Trail. Also da ist immer ganz klar, wer wie viel Geld hat, weil das ist ja, ne, digitale Buchungen. Ja. Da siehst du, das ist nur Cash, Cash. Wir erinnern uns hier so Bier-Pipelines in die Zelte, damit schnell genug Bier an... Ja, ja, genau, genau. In Wirklichkeit sind ja so Geld-Pipelines, wo dann nur, ich stelle jetzt mal hier diesen Wäschekorb mit Geld, stelle ich mir kurz in den Schrank. Oh, plötzlich ist der halb leer. Ich weiß auch nicht, wo das Geld hingekommen ist. Naja. Und, äh, das, das war irgendwie alles, alles nicht so, nicht so besonders. Aber ich habe dort ein, ein, ähm, ein Songbuch mitgenommen mit den, mit den Wiesen-Hits gesponsert von Alexa. Ja, also die hatten eine Amazon-Wiesen und da haben sie so ein, so ein Buch gedruckt mit den Wiesen-Hits, die du von Alexa rauslassen kannst. Oh je. Ja, das war alles, das war alles. Aber es war dann irgendwie ganz nett und wissen Sie, und, ähm, das mit diesen, mit diesen Gutscheinen und diesen, diesen Marken und, wissen Sie, Bargeld und EC-Garten. Und, ähm, das Beste war ja noch, dann, ich bin da insgesamt wahrscheinlich 40 Minuten drin gestanden, ja, bei dieser ganzen Nummer, ja. Ja, Wahnsinn. Okay. Und, ähm, dann hat sie ja selber auch versucht zu troubleshooten und wollte irgendwo Hilfe herkriegen für dieses Gerät. Dann nimmt sie so einen Ordner aus dem Regal, steht drauf Operations. Der Wahnsinn. Ja, und dann schaut sie da so verschiedene Heftel drin, von der Bank und von der Telekom und dann schaut sie so einen, so einen, so einen Brief durch, weil, weiß nicht, was sie dort wollte, vielleicht die PIN von dem Gerät, aber das war, das, was sie dort nachgeschaut hat, war halt der Brief mit den Zugangsdaten vom Telekom DSL. Ah, Gott. Ja, du kannst ja versuchen, ob das Terminal irgendwie PPPOE spricht. Wetten, es tut's? Wahrscheinlich schon. Und ISDN, ein Wahlkanz auch. Naja, und, also, das war alles nix und bei der Bank hat sie auch nicht angerufen und, äh, dann, dann hat sie irgendwann, hat sie jemanden dran gehabt von irgendwo, ich weiß nicht genau, ob Sparkasse oder eine andere Hotline. Ja. Da war sie dann dran, nachdem ich vom Geldautomaten zurückgekommen bin und dann hat sie mit denen diskutiert, dass sie jetzt bitte schon schnell ein Austauschgerät braucht und ob man das nicht in der nächsten Sparkassenfiliale abholen kann. Hat er gesagt, nein, hat sie gesagt, aber morgen ist Feiertag. Ja. Oh Gott, das ist wirklich schon schrecklich. Und jetzt, ach Gott, stell dir mal vor, man hätte einfach sowas wie so ein Sum-Up- oder Eisettel-Ding, wo man einfach sagt, die kosten nix, da haben wir drei Stück in der Schublade liegen. Und, das wäre was gewesen. Das ist einfach so furchtbar, das ist so furchtbar. Und, weißt du, du kannst es ja, eigentlich kannst du es ja immer noch rauszögern, das Gerät einfach nicht rausholen, weil, weißt du, Kreditkarten gehören, bla 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 und so weiter. Aber wenn es halt hart auf hart kommt, dass du dann halt irgendwie den Kunden, ich meine, du könntest ja auch einfach gehen wahrscheinlich, oder? Du hättest wahrscheinlich auch gehen können und sagen, ich nehme es nicht halt jetzt. Ja. Aber die hätten wahrscheinlich auch kein Problem, den Tisch zu vergeben. Ganz genau. Das ist das Problem, das ist eine Position der Stärke heraus. Weil du kannst ja auch nicht, du kannst ja auch, du kannst natürlich, könntest natürlich dann argumentieren so, ja, ich kann, ihr lasst mich nicht bezahlen, ich setze mich jetzt an den Tisch und bezahle bei der Bedienung. Dann werden die sagen, na, 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 Burschi, weißt du was, du gehst jetzt einfach da raus, entweder du bezahlst die 300 Euro oder du schaukst draußen, wie es im Biergarten ausschaut. Ah, es schifft, das ist jetzt aber dein Problem. Und, naja, dann hast du halt keine Reservierung mehr, weil die sind jetzt da nicht drauf angewiesen. Ja, das war also alles irgendwie ein bisschen schwierig und so, weißt du, von Gastfreundschaft. Und weißt du, wenn der Tim Cook daherkommt, der Tim Cook, der hat ja nicht einmal eine EC-Karte nicht. Ja, wahrscheinlich, ne, nehmen sie auch Apple-Card. Haha, was ist denn dieses Apple-Card? Ja, wissen sie, verstehen sie. Also, der Tim war auf Europatour und das war ganz lustig. Und ich glaube, es sind Wetten gelaufen, wie lange kann ich über das Foto sprechen? 15 Minuten 36 ist die Antwort. Sehr gut, sehr gut. So, okay, ansonsten seine Europatour, er war in Frankreich, Ubisoft, er war hier beim Chips-Team. Er war bei Blinkist. Und er war bei, hier Ubisoft, genau, habe ich schon gesagt. Und in Apple-Stores, Kurfürstendamm und in Frankreich, in Paris. Und bei dem Ding in Italien. Italien, was hat er in Italien gemacht? Vergessen. Ah ja, Hermes, Hermes, mit Ohren hier angeschaut. Natürlich. Hier, Apple-Firenze war er auch im Store. So, gut. Also, das war der Tim unterwegs. Man weiß immer nicht so genau, wieso er solche Sachen macht. Also, das, vielleicht ist jetzt so Freizeit, weil die Dinger sind gelauncht, aber es kommt ja noch ein Event und dann. Der wird da sicher schon Business-Termine gehabt haben, wo er immer so Business-Geschichten macht. Und dann, klar, lässt du dich halt ablichten, so hier. Also, gerade dieses, diese, diese Store-Besuche machen natürlich so, das ist so Moral, ne? Also, das kostet ihn halt irgendwie, klar kostet ihn ein paar Stunden, aber der Besuch selber kostet ihn halt zehn Minuten. Das ist für die Leute mega geil. Irgendwie hier, der, der Guru ist angekommen, mega cool, lass uns mal ein Foto machen. Und, ähm, ich meine, hallo, das, allein das Algorithm-Foto mit den, mit den DJ-Kopfhörern, das ist einfach Gold wert. Also, ich meine, ja, das ist super down-to-earth alles. Natürlich Beats. Ja, klar. Natürlich. Was haben sie denn da für schicke Ständer für die, ähm, für die Geräte? Keine Ahnung. Die sehen ja ganz gut aus. Nicht schlecht.